Giovannis Trading Chancen am Freitag, 31. Mai. Letzter Handelstag des Jahres, dürfte volatil werden. Die Märkte sehen vorbörslich nicht gut aus. Ich habe natürlich einen DAX-Aufblick für euch, ein bisschen Trading-Möglichkeiten bei den Devisen und die ein oder andere Aktie auf der Watch. Seid dabei und schaut euch das volle, kostenlose Video an, in dem ihr euch für Giovannis Trading Chancen registriert.